Ich hab ne Bingo fertig. Ja, sagt mal her. Sagt mal her, den, 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 den Bingo Board. Okay, sieht man das gut? Ihr müsst sagen, wenn was abgeheckt wird. Ich versteh das nicht. AS. Nur wie die Nachricht ist, war keine Absicht. Wollte eigentlich high schreiben. Wegen First Time Message und hab mich dann leider vertippt, weil ich dumm bin. Ich weiß, hört sich sehr nach Ausrede an. Also ist eure Entscheidung. Deutsche Tastatur Layout. Er wollte high schreiben. Das wär hier und hier. Er hat aber H und S geschrieben. Das ist echt, das ist echt sehr weit voneinander entfernt. Also ich sag, das ist echt, das ist echt weit. Mod-Kommi. Die Clips arbeitet, Digga, Kings arbeitet, Digga, aber wirklich ordentlich. Digga, er hat sogar, Bruder, er hat im Mod-Kommi, Bruder, Kings sucht den Leben. Bruder, er schickt das dann sogar rein. Digga, wirklich, Digga, du bist so ein Freak. No joke, das ist, als ob ich das nicht selber checke. Aber nee, gut, gute Arbeit, Kings. Ich seh um Kings, der einzige, der den Job hier ernst nimmt. W-Mod. Ich schwöre, Kings, einzige W-Mod leider. Cola schon seit Jahren, Bruder, seit Jahren Arsch. Hallo, Chicken Nugget. Mann. Ich habe das N-Wort nie geschrieben, also vielleicht habe ich den Fall schon eingesegt, aber würde mich freuen, wenn die Sperre aufgibt. Er hat wirklich nicht geschrieben. Abhol. Mein Cars, Crafter? Nein, das geht nicht immer über Heiko-Chat. Nee, auf keinen, Digga, oder? Ablehnen den Scheiß. Gut, warte, wir gehen... hier rein. Mod-Kommentar. Guck mal rein, hat Kings gearbeitet. Was ist wegen rückwärts? Ed Bastiger, geh du los mal. Ablehnen. Hallo, meine erste Nachricht, die kriege ich bitte, oder nicht langen Time Out? Ja, danke, kannst du mich in so drei Monaten entbannen, wenn ich schon vergessen habe, wieso ich gebannt bin? Nein, fick dich, Digga. Lutsch meine Eier. Ein Geschäft? Ach, kriege ich mal eine Nachricht, wenn man entbannt wurde? Oder hat der jetzt hier gewartet, seit acht Monaten? Nee, bin hier. Ach so. Ach gut. Stabil. Noahs küsst, ich küsst... Hä? Noahs küsst, glaube ich, wirklich Jungs. Ist nicht schlimm, aber kannst du mir vorstellen? Und der bläst Jungs ein, ist nicht schlimm, aber halt ein bisschen... Aber ist nicht schlimm, alles klar. Ah, ist halt todesunrissiger Typ, einfach. Geh mir ablehnen. Du Peniskopf. Du Peniskopf. Wann habe ich das geschrieben? Keine Ahnung. Bitte, wann, was soll das? Okay, ich sage ehrlich, Peniskopf ist okay. Ich finde Peniskopf kann man durchgehen lassen. Ich finde, das kann man, das ist okay. Das ist nicht so schlimm. At Hugo Comondo HS. Ja, das ist immer... Hab ich den gebannt? Nee, war das in China. Bruder, kurzes Zündschnurr. Ja, okay. Kann man... Auch nervig, wenn Leute fragen, andere, wenn man in anderen Chats ist, wann du live gehst, so, aber kann man, kann man mal so nachgehen. Nitrat. Hey, Norex, schöne Ausdrucksweise schädigt unsere Geschäftsbeziehung. Bitte, dann lassen dir die, sonst bin ich gezogen, sie aus... wieder Dubai Meter zu entfernen. Okay, Nitrat kenne ich auch. Ja, Nitrat kenne ich, Digga, kann man nicht bannen. Warum? Digga, er schreibt, hallo YouTube, hallo YouTube, Hades, du Perma-Bahn-Sin. Kein Bad-Kommentar. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht, ich kann ihn verstehen. Schreibt mal Hades, Hades, sag mal Hades, ist Hades noch da? Könnt ihr mal kurz Hades Namen schreiben? Ja, und? Warum hast du dich nochmal gebannt? Du hast mir einen potenziellen Sub genommen. Ah, ist jetzt einfach, da du Nachrichten ja unterhattest? Modstrollen, das ist ein Modstrollen. Wer aufheben ist zurück, Comeback willkommen. Du dick, nooo, ich heb die Schere, okay, er ist auch zurück. Bro, Digga, warum, seit wann ist das durchgeschrichtet? Das ist voll anstrengend zu lesen. Bro, streamt einfach niemand, so dass ich Norex gucken muss. Ja, ey, sorry, war echt unnötig von mir, würde mich aber echt freuen, wenn ich wieder am Chatteilen nehmen könnte, bin beide auch bei Philomod. Also ich kann mich benehmen. Ja, Bruder, gut, aufheben. Ich hasse dich, nur Spaß. Ja, okay, wenn es nur Spaß war, dann können wir mal durchgehen. Boah, das sind immer die interessantesten. Ihr bannt auch Leute, die bei anderen Chats scheiße machen? Bis zu ihr, bis zu ihr bitte, fick dich, hoffe du verreckst. bei Feister. Kommt man eigentlich? Irgendwie kommt man im Chat. Nein, Digga, nein, geht nicht. Zack, ablehnen. Ich kacke dich an, sorry, ich wollte nur gucken, ob die Mods gut sind. Ich würde mich freuen, wieder am Chat Zeit zu nehmen. Ja, ich weiß nicht, der Mod-Check ist eine First-Time-Message, schon gut abgehakt. Ja, komm, er kriegt doch mal eine Chance. Oh, 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 okay, Digga, oder, ich weiß nicht, ob wir das durchgehen lassen können. Ich weiß nicht, ob wir das durchgehen lassen können. Das geht nicht. Nee, das können wir nicht machen. Ähm, AfD, AfD 1, Kohlerband, oder, Gänsehaut, ich bin ein aktiver Chatter eigentlich und schaue immer Norex, wenn er live ist. nur habe ich glaube, ich wurde wegen dem AfD gebannt gesperrt, ich war da sehr dumm und ich habe einfach mit dem Chat mit getippt und eine im Chat haben das getippt, war glaube ich ein Klick, zu dem ich zumindest Spaß gemacht habe. Digga, was, kann er mal ordentlich schreiben? Naja, ich sag, ich weiß nicht, nee, oder unschillig, da macht man nicht mit. Norex, voll der Hairi, hat den Unfall verdient, keiner mag den, und wenn mich Band oder Time out ist, okay, nein, Johannes, tut mir ehrlich leid, ich war in dem Moment von Norex genervt, wäre cool, wenn ich wieder teilnehmen dürfte. Nee, Digga, Bruder, NPC, Digga Cola, was ist das denn? Wenn Noah schaut, ist for real, okay, okay, dann sehen wir, ja, wissen wir, was wir zu tun haben, ablehnen. Nachricht unten, was denn? Ja, ich habe gesehen. Ey, kannst du mich, wenn du nicht mehr streamst, raiden? Hä? Ich verstehe nicht, warum ich gesperrt wurde, nur weil ich geschrieben habe, ob er mich raiden kann, ich verstehe echt nicht. Ey, Mod, for real, ist ja nicht mal was Schlimmes. Ja, immer ein bisschen nervig. Okay, er schreibt das N-Wort und dann schreibt er auch Meno. Ja, ja, was ist das denn? Sie hat hier den Legan gemacht. Gesperrt von Antina Grund. Hey, Rebi, AfD Beste, wir rufen ihr von Alice Weide an. Okay, ja, gut. Ich habe mich gesperrt, habe ich schon getan. Ja, Arschmeidung. Alles Opfer, die Streams gucken, richtige NPCs, bei Gott schäbt ihr euch gar nicht, Digga, eure Zeit wie da zu verwenden, peinlich. Bleibt mir bei meiner Meinung, macht was aus eurem Leben, 30k im Monat Steuerfreiheit durch Falschgeld, Liebe, geht raus. An telegram. slash me candybayshop Oh, er promotet seinen Scheiß, dennoch Paypal gut haben, dachte ich können mal. Ich sage nicht, dass er 30k im Monat steuerfrei macht. Ich denke, ich glaube, wenn du, ich glaube, wenn du 30.000 Euro machst im Monat, gehst du nicht in Twitch-Streams rein und schreibst das. Ich glaube, dann bist du so am chillen in, keine Ahnung, Digga, in Bardi auf deiner, in deiner Yacht, Alter. Ablehn. GHG dich vergraben. GHG bitte entbern. Ja, okay. Er hat vorher geschrieben, dass ich Hot AF bin. Drei Tage vorher. Das kann man durchgehen lassen. Also, das kann man, das kann man schon, er hat auch recht so, also. Du Trink, wieso, wieso hältst du gegen Herrscher? Okay. Digga, das hat sogar unser, das hat unser englischer Mod gesperrt. Der kann kein Deutsch. Sogar der hat geschickt, dass er ins Arsch ist. Korrekt, sorry. Ja, Bruder, trotzdem. Nicht so cool. Scheinbar ist Hot, er ist Hot. Warum? W- Hades! Okay, gut, der Name. Ja, okay, gut. Der Name ist... Gut. Das hier? Okay, ja, nee. Ja, okay, nee, doch nicht. Alles gut, Hades. Ah, nicht aufheben, stopp. Gute Arbeit, Hades. Du bist der größte Dummbatz. Du bann mich immer. Du sagst mich komplett bannen. Ich will nicht mehr vorgestanden bekommen, weil du der größte Ruhrensohn bist. Ja, wir entsperren ihn. Ähm, ja, Moino, R-R-R-T-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Schlimmste. Cola-Bann? Gänsehaut? Ich kriege Anfall. Ganz viele Mittelfinger. Darf ich Wutanfall haben? Das war das letzte Mal, dass ich nur euch schaue. Drei Mittelfinger. Was habe ich da gemacht? Oder ich versuche zum zweiten Mal den verfickten Sing zu bekommen, aber ich kriege ihn nicht. Was soll er durch abgegeben? Was ist der verfickte Sing? Achso, er wollte einen Song requesten wahrscheinlich. Ja, Bruder, ich sage ehrlich. Mach Schluss. Mach Feierabend. Wegen Song request so abzugehen. Unschädig. Hallo Noachs, haben mein neues Kalb nach dir benannt? Mich triggert es so, wie Noachs seine Helm auf hat. Setz nochmal auf du Punkt, Punkt, Punkt. Ja, okay, das geht, Digga. Das geht. So stimmt er das? Also, ihr meint wahrscheinlich Rollertourhelm mit den... Ich hatte den süßen Helm. Ja, komm. Herzlichen Entschuldig. Kann man mal machen. Solche OTM sieht... Okay. Jo, jetzt würde ich dafür gebannt. Lieber Noachs, ich wünsche mir höchst wichtig, dass meine Sperre für diese Wunderschöne aufgehoben wird. Dankeschön, ich sehe meinen Fehler ein. Oder ich sag mal so. Das sieht gar nicht mal so aufrichtig aus. Ablehnen. Du Pisser, ich ficke deine verkackte Mutter. Bitte heb mich auf. Bitte, bitte heb mich auf. Ich war betrunken und habe außerdem meine Meinung geschrieben. Hä? Was für mich war betrunken? Ich habe meine Meinung geschrieben. Es war 20 Uhr. Wer ist um 20 Uhr betrunken? Okay, ich. Oder bleib liegen. Wirklich, bleib liegen. Bleib liegen. Viktor, liegen bleiben. Liebes Modsteam, ich möchte mich aufrichtig für mein Verhalten entschuldigen, das zu meinem Bann geführt hat. Ich verstehe, dass ich gegen die Community-Richtlinien verstoßen habe und bedauere mein Fehlverhalten zutiefst. Ich habe die Zeit genutzt, um über meine Handlungen nachzudenken und die Richtlinien von Twitch gründlich zu lesen. Ich verspreche, mich künftig an alle Regeln zu halten und ein positives Möglichkeit der Community zu sein. Bitte gebt meine zweite Chance oder das sind nicht denn erstmal ist das Chat-GPT und es geht ja nicht um die Twitch-DOS, es geht einfach darum, dass das auch abseits von Twitch nicht cool ist. Ja, also wurde er ablehnt. Er hat mich selber gebannt. I guess ich wurde gebannt, weil ich in einem anderen Chat gesagt habe, du bist ein Sauger. Für den Kontext in der Zeit hast du mehr als Stream mit deinem Chat so terrorisiert, dass es keinen Tag möglich war und nicht mit deinen Chatern zu diskutieren. Bäh? Er hat sich negativ geprägt. Jetzt habe ich mehr deiner Streams gesehen und finde ich recht funny. Würde gerne Chat lesen und schon... Wann haben wir Mälen terrorisiert? Und wer von euch war aber Mälen und hat scheiße gelabert? Wann nicht? Ja, ich glaube, ich kenne den Namen, der ist eigentlich chillig. Ah, stopp! Nicht ablehnen. Aufheben, Phil, bester Mann. Komm zurück. Kings, oh nein, du willst mich etwa bannen? Grund, dann leck meine Eier. Ich hoffe so sehr, dass der Typ bald gecancelt wird. Der ist in Schmutz. Oh, wann wurde das geschrieben? Wann wurde der gebannt? Actually, seine, ähm, seine, seine Wünsche sind in der Füllung gegangen. Zack. Ähm, Namu Toujours. Es wurde nach dumm, aber geile Songs gefragt, als er mit Tobi im Auto gewibed hat. Der Song sollte nicht als Provokation dienen, Melodie ist nach wie vor top. Man sollte sich nicht mit einem Melted von dumm N-A-Z-I-S verderben lassen. Actually, stimme ich ihm zu. Actually, stimme ich ihm zu. Schwer auf ihm. Fick dich, du Bastard. Bist halt einfach ein Bastard. Er hat recht, aber ablehnen trotzdem. Äh, nur mal so, ich find's richtig schön, dich fliegen zu sehen. Du hast richtig gemault und dein deutsches Verhalten, Hä? Und dein deutsches Verhalten darauf, dass du Trumpets auch noch nicht machst, weil du einen denn nicht an deinen Pippi-Max D-A-W-D spielst? Selbst schuld, unbedingt, dass du auch mault. 31er der. Also meine, verdient ist verdient. Oder? Der neue Live-Looter. Ja, wenn Schradin sich gemault hätte, der wäre nicht mehr aufgestanden. Ja, ablehnen. Äh, Ficky, Ficky, 5 Euro. Ja, unlustig halt. Mod-Kommentars. Ansprüche auf Frauen-Mod-Kommentars, was meine ich. Digga, ich check das doch. Alter, ob ich das nicht check, ja, Kings. Aber trotzdem, danke für die Kommentare. da. Ich sag, Kings hat am meisten, ähm, euer Mod-Kommentars. Ich finde, deine Streams echt nicht gut. Pass mal lieber auf, wenn du das nächste Mal in Düsseldorf bist. Ich war, bin oft in Düsseldorf, actually. Alle ziemlich netter. Wie, NRW kann weggebombt werden. Hab ich gesagt, dass NRW weggebombt werden kann? Im zweiten Level wurde NRW schon mal komplett weggebombt. Millionen Menschen sind hier gestorben. Kann man sowas sagen? NRW mit dem Rübit, hat ganz Deutschland groß gemacht. Den sieben glück auf, du kleiner Spinner und halt immer deine Fresse, wenn du nach NRW kommst. Warte mal, Lorax sagt, das NRW kann ruhig weggebombt werden. Und das bitte mir nur, dass NRW komplett zerbombt wurde, wenn wir um Menschen gestorben sind. Und ich will das auch sagen, wir sind schon mal Norax. Also ich sag gehofft, Österreich soll weggesprengt werden. Aber, das ist ja, 1981 Geri. Das ist ja, also, das ist ja nur Spaß. Das ist ja, das machen wir ja nicht ernst. Natürlich will ich, also, natürlich will ich nicht, dass NRW gesprengt wird. Ja, aber guck mal, der ist, wie alt ist der? Der ist, ähm, 40, der ist ungefähr 45, 46. Gut, ja, komm, er hat, er checkt's nicht, aber ich kann einfach zurück. Norax, der ist, lass mich band, ich muss Fehler einsehen, Bruder, er ist, er ist im, also ich selber, arbeiten arg auf einmal. Lass mich, lass mich geband, ich, ich komm damit klar. Und das Bingo eigentlich noch gemacht? Ne, der muss jetzt zur Feuerwehr. Wer ist gerade da, der kann Bingo abhaken? Mach's so halb? Kings macht? Ähm, also ich dachte, dass das echte N-Wort schlimm ist, aber N-Wort nur mit, als I mit E getauscht ist, ist doch okay, oder? Ja, Hä? Ah, Bruder, Digi, nee, ja, Bruder, so läuft das nicht. Geiler Stoß von AS. Hoffe, du fällst doch mal hin, du Hundesohn. Ja, okay. Und lustiger Clown. Suchet euch ein vernünftiges Hobby und supportet dich zu einen Idioten, Jungs, bitte, bitte keine Hobbys suchen. Bitte mich zu eurem Hobby machen, haha. Ja, können wir ablehnen. Ähm, du dummer Bastard. Liebes Mutter, ich hoffe, es geht euch gut. Hiermit möchte ich hilflich, um die Entsperrung meines Twitch, Digga, wieso schreibt ihr so formell? Ein Twitch-Chat bitten, es tut mir auch richtig leid, dass mein Verhalten und meine Worte zu Sperrung geführt haben. Ich habe mein Verhalten überdacht und verstanden, dass meine Verhalten oder mir so war. Vielen Dank für. Oder, das ist Chat, GBTA-Text und nee, scheiß auf die, auch nicht. Ich liebe AfD, beste Partei, muss ich mehr sagen. Finde es schön, dass man seine Meinung nicht äußern darf. Wie man manche sieht, habe ich beides reingeschrieben. Mit die Linken, die beste Partei, was der Kohl hat da gemacht, links niemanden drauf reagiert, aber mit rechts, zwischen die und ins den Bann war. Sollte beide Parteien gleich, man sollte beide Parteien gleich schlimm einstufen. Gibt auch viele Links, die das gemacht haben. Oder, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, bist du dumm? Ablehnen. Du bist und bleibst das Chicken Nugget, spätestens nächstes Jahr kennt dich keiner mehr. Bruder, seine Prediction war krass. Hallo, ich bin Mochi, ich wollte mich mal nicht entschuldigen, war beim Hugo Mannert wegen dem Kristall Nyko Space. Was sagen, das ist lustig, ein Korrektur ist. Einmal gesagt, ich bin ein Vorteil, ja okay, kann man, kann man aufheben. Für den Predigt, dass er da recht hatte, kann man den schon mal, den kann man, den kann man schon mal aufheben. Deutschland, den Liebe halt, meine Eimer, und der Spruch steht auf den Wahlplagaten der SPD. für den Beste, klar, Bruder, tot. Oh! Dummer Joke, das ist kein Joke, das ist nur rassistisch, zack. Angie, Digga, das war mal ein Chatter. Sieht mal, Kommentare, was ist denn jetzt los? Bruder, was für eine Akte haben wir jetzt hier? Bruder, hier wurde gearbeitet, erstmal, wir gucken uns deins an. Was hat er hier zu sagen? Ja, den Link, der geht nicht mehr. Ja, dann gehen wir jetzt, wollen wir uns das alles angucken, Chats? Ja, das ist so viel, ich kann nicht mal ausrollen. War jetzt kein... Ah, peinlich. Ah, peinlich. Glaubst du dann lieber auf den ersten Chat oder soll ich es nochmal probieren? Oder sein Profilbild? Oh nein. Digga, Bruder. Oh nein. Digga, das habe ich zuletzt auf Twitter gesehen. Was ist das denn? Ach du Schreck. Wenn man das Profilbild sieht, du weißt, du weißt, Huren so einem Anmarsch. Ja, schauen wir sein Profilbild an. Bruder, ich sehe das doch, Kings. Ablehnen. Okay, unschuldig. Bro, es ist mein Land, auch wenn ich es darf, keine... Digga, tot. Was darf ich denn dem Cliff? Was darf ich denn Stunden lohnen? Wir sind lange nicht mehr bei 75. Sammall sind wir bei 11 Euro. Aber das ist auch toll. Ja, wir bannen ihn, der hat nichts gemacht. Der Arme. Nur, ich habe es ohne Witz, dass ich einfach von nichts zu reden, ist nur Unsinn. Ja, okay, Joe. Du bist... Du bist nicht geschützt, weil du Streamer bist. Wenn du keine Ahnung von Drogis hast, einfach ruhig sein, statt in Scheißlabern. Sorry, aber das ist Mist, die es möchte in die Rede, um cool dazustehen. Ach, deine Schule statt zu streamen, er hat recht. Ja, scheiß drauf. Zwei Neuanfragen. Die hat er vor vier Minuten gestellt. Nein! Das geht nicht! Der auch vor fünf Minuten, Digga, der muss ja den Stream gucken. Digga, er wird vor ein paar Monaten gebannt, er guckt immer noch streamen. Er kommt nicht drüber hinweg. Carscrafter? Carscrafter-Band ist krass. Dann müssen wir Carscrafter mal anrufen und fragen, was da los war. Wir rufen Carscrafter an. Ich weiß nicht, hä? Also, du hast einfach den Peacemaker für immer aus meinem Chat ausgeschlossen, ohne drüber nachzudenken. Das geht nicht, Heiko! Oh man, die Verschwauer. Digga, hä? Was denn? Das muss versehen gewesen sein. Aber warum hat Kola ihn davor? 86.000 Sekunden gebannt. Er ist sogar aktiver Zuschauer und chatter bei mir eigentlich. Digga, Heiko bannt seine Zuschauer bei mir, dass sie bei ihm gucken. Was denn das für eine Wettbewerbsverzerrung? Den habe ich dir geholt. mit plus 1, plus 1, ja, boom!